5 Uhr ist 5 Uhr, ja? Hey, hast du schon auf dem Kopf? Oh mein Gott, pass doch auf, Mann! Hey, sie hat sich fast angefahren. Der Junge ist 20. Ich hatte gehofft, dass wir das jetzt schon zusammen machen könnten, aber ich vertraue ihm nicht. Ich kann nicht auf ihn zählen. Sie haben es verkauft. Unseren ganzen Block, alles. An wen? Nein, die Retten von Brownville. Wir gehen hier nicht weg. Niemals. Wir sind hier aufgewachsen, das ist unser Scheißviertel. Ja, hier hat sich schon viel verändert. Alles ist möglich. Es spielt keine Rolle, woher du kommst, durch den Hintergrund du hast. Wer du auch bist, jeder kann finanziell unabhängig werden. Ich habe eine App gefunden, mit der wir in Krypto investieren können. Wenn du nur ein bisschen mehr arbeiten würdest, anstatt dich im Internet mit so einem Unsinn zu beschäftigen. Du brauchst nicht zu arbeiten, Baba. Du musst das Geld für dich arbeiten lassen. Du musst Vermögen aufbauen. Ich versuche doch nur zu helfen, den verstaubten Laden hier zu retten. Hey, Mann. Das war das, was weiß ich nicht. Deine Miete. Vermieter? Sieh an, ganz der kleine Herr. Du kennst mich doch. Du wirst schon sehen. Wenn wir so weitermachen, werden wir international. Seid ihr bereit für die Nacht eures Lebens? Wir auf der Party sind Monaco! Du arbeitest dich noch zu Tode. Sieh dich an. Ich will einen Sohn, der kämpft. Für uns. Für unser Leben. Für uns? Ja, uns, ja. Du machst alles richtig. Er soll dir stolz darauf sein. Man kann ihm nicht trauen. Narzisstischer, reicher Leute, Junge. Wenn du mit dem großen Geld spielst, läuft das so. Amir Elneni? Ja. Was hast du getan, Junge? Nee. Du machst was und hinter ist dran.